Ladies and Gentlemen, Russik-Pupsik ist am Start und heute mal wieder mit einem neuen Geisteskrankten-Video und zwar befinden wir uns gerade in einem neuen Spiel, Leute, und ja, das ist vielleicht GTA 6. Ist es es, Leute? Man weiß es nicht, denn es ist 1-7-1 und so, was heißt das Spiel? Absolut keine Ahnung, soll angeblich GTA ersetzen, Leute. Und wir werden heute gucken, ob dieses Spiel besser ist als GTA 5, beziehungsweise GTA 6. Deswegen, lasst erstmal ein Like, da abonnier den Kanal, aktiviert die Glocke. Wir sind auf jeden Fall hier irgendwo in den Favelas und können... Oh, 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 ich klaue ein Auto, Leute. Das klappt, ey, das klappt ja schon mal super. Ey, ey, wie mache ich Radio aus? Radio-Lautstärke, okay, ich habe Radio erstmal ausgemacht, Leute. Wir sind hier unterwegs in diesem GTA, wir können auf jeden Fall schon mal Autos klauen, so wie in GTA. Ey, ich sage euch ehrlich, ich sage euch ehrlich, das Fahrverhalten ist ziemlich gut eigentlich. Ja, okay, die Kurve vielleicht nicht die beste, aber es wirkt ziemlich realistisch und die Grafik ist auch nicht schlecht, Leute. Was ist, wenn wir... Wartet mal, ich habe so ein Verlangen... Warte mal, was kann ich hier machen? Ich kann hier arbeiten einfach, Sidequest. Sie müssen auf dem Motorrad sitzen, um diesen Job zu beginnen. Das heißt, wir können hier wirklich Jobs machen. Warte mal. Jo, was geht, ist es dein Motorrad? Ja, natürlich ist es mein Motorrad. Ja? Äh, Leute, ich habe einfach das Motorrad geklaut und wir können damit einen Job machen. Äh, die Vergütung für diese Arbeit beträgt... Ja. Ah! Ah! Wohin muss ich? Pizza-Lieferdienst. Ja, Servus! Ey, das ist ja übel lustig gemacht. Liefern Sie die... Äh, habe ich gerade einen Baum kaputt gefahren? Was ist das? Dann liefern Sie die Ware in Bestimmung auf der Karte markiert. Ey, Leute, wie cool ist das denn? Ich bin einfach... Wow! Ich bin einfach ein Pizza-Lieferer an. Und, äh... Steigern Sie vom Fahrzeug, liefern Sie die... Oh, warte mal. Oh, ich bin vorbeigefahren, oder was? Oh! Ich fahre übel schnell da, Leute. Warte mal, wo ist er denn gewesen? Hä? Ich bin einfach vorbeigefahren. So, wir müssten hier den Kunden haben. Zack. Okay, was geht? Was geht? Mr. Pizza ist die... Iiiiih! Wie siehst du denn aus? Hier, nimm die Pizza jetzt. Äh, liefern Sie die Ware... Ich habe noch eine Pizza. Achso, ich arbeite immer noch. Leute, habt ihr gesehen, wie die aussah? Was war mit der denn los? Ich bin einfach der Pizzamann. Leute, spiele ich GTA 6 oder Pizza-Simulator? Wow! Äh, wie cool sieht die Straße aber aus hier, Leute? Mega coole Atmosphäre. Jo, was geht, Mann? Ich habe ihre Pizza. Ist die Pizza für Sie und mich! Wisst ihr... Ich verstehe nur nicht, ob das eine Dame ist oder ein Mann, weil der hat irgendwie mal hellgerätet. Ah, nee, die dunkle Stimme war meine Stimme. Stimmt, Leute. Machen wir weiter. Äh, vielleicht kann ich, wenn ich mir Geld verdient habe, damit dann eine Waffe kaufen. Und dann können wir auch einmal schießen, so wegen Getär. Guck mal, wenn ich drifte, dann funkt es sogar hinten. Das sieht mega cool aus. So, Servus. Tagschen. Na, wie jetzt? So, bitteschön. Boah, danke, 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 danke. Ja, alles klar. Nimm jetzt die Pizza und geh. Ja, entspann dich, aber erst, wenn alle Ruse gabinieren. Okay. Ich habe den Auftrag abgesagt, aber oben links sehen wir unser Geld. Wir haben 1000 Cash, Leute. Hier ist eine Tuning-Werkstatt. Können wir auch Autos tunen dann? Sie können... Was? Sie können nicht mit Motorrad irgendwas... Guck mal, wie langsam... Ah, Sie können Motorrad nicht modifizieren. Autos tunen, Leute. Wartet mal. Alter, das ist... Das soll ich jetzt rausfinden, Leute. Ob wir hier wirklich was tunen können. Guck mal hier, zack. Sirene geht an. Polizei müssen wir auch noch abchecken. So. Wir gehen jetzt kurz gucken, wie das Tuning... Ey, da hat immer noch die Pizza. Hä, wie cool ist das denn? Oh. Oh, die Tür habe ich kaputt gemacht. Hoppala. So, Servus. Leute, Alter, ich könnte mir hier richtig Felgen draufklicken. Wow. Stabil Federung würde gehen. Eine Anlage für Musik. Okay, Autoförm würde auch gehen und folieren. Und hier könnte ich tatsächlich noch ein bisschen den Umbau machen. Alles klar. Wir werden nichts machen. Ich wollte nur gucken, was du so drauf hast. Aber, wartet mal. Ich war hier drin, er hat nichts gemacht und mein Auto ist repariert worden. Habt ihr diesen Bug gesehen? Ist der Pizza mal noch da? Ich habe gerade gelangt. Ich gebe mir meine Pizza zurück. Die Pizza war eh... Verdammt, Mann. Ich habe da jemanden... Ey, du hörst über meine Pizza. Hau. Hau. Nein. Ich habe... Ich habe die Pizza kurz weggehauen. Nein. Verdammt, Mann. Drohnen? N ist Drohnen? Was? Ausweichen. Die Vergütung für diesen Job. Oh. Steh auf, Mann. Renn. Renn weg, Mann. Was ist los, Mann? Wie viel hält sie aus, Mann? So. Ähm. Alter! Bist du Terminator? Was ist das? W- Wie viel hält die aus? Tiger! Hallo! So. Ähm. Ich weiß nicht, was die Vergütung war für irgendeinen Artikel, aber jetzt haben wir es umsonst, Leute. Ich habe ein Paket und wo kann ich mir eine Waffe kaufen? Warte, wie kann ich hier eine Karte aufmachen? Ähm, bestimmt. So. Ich kann doch... Gunshop. Ich sehe schon einen Gunshop, Leute. Ich glaube, ihr seht es auch alle. Wir werden jetzt zum Gunshop fahren und uns eine Waffe holen. So, wir fahren richtig. Genau. Wir kaufen uns jetzt eine Waffe bei Armonation. Oben kann man noch Klamotten kaufen, habe ich gesehen. Aber wir gehen erst mal Waffen kaufen. Waffen kaufen, Waffen kaufen, Waffen kaufen. Oh yeah! Oh. So. Ich habe die Straße hier abgesperrt, weil ich Chef bin. Warte mal, muss ich hier durchlaufen? Servus. Oha. Ich bin hier. Ich habe ein Paket für dich, Habibi. So. Äh. Opa! Interaktion Store. Wir haben eine Pistole, wir haben einen Revolver und einen schweren Revolver. Wir haben... Frag mich nicht, wieso, Leute. Aber als ich gerade beim Shop war, hat mein kompletter PC gehangen. Also, scheint eine super Qualität zu haben, das Spiel. Und mein Paket ist weg. Aber, ich habe jetzt eine Pistole, Leute. Hier, seht ihr? Zack. Das heißt, wir sind jetzt noch mächtiger geworden. Und... Wir müssen unsere Macht demonstrieren. Ah, wie komisch die Farben hier aussehen. Komm mal, wir testen mal, wie es ist, so einen Unfall zu bauen. Aaaaaaah! Was denn? Was ist dein Problem? Alter, was soll das, Mann? Guck mal, wo du hinfährst. Ja, die läuft einfach weg. Ja, Habibi. Was ist jetzt passiert mit dem Auto, ne? Warum beleidigst du mich? Ja, wie? Ich kann ihn beleidigen. Ja, du bist frech. Äh, die Jugend von heute. Was denn, hä? Abonniert Russen. Was denn, was? Was? Bitte lass mich nicht. Bitte lass mich nicht. Hast du vergessen, mit dem du dich anlegst? Oh, Vater. Wow, 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 wow. So, ich hab ihn als Geisel genommen. So, mein Freund, wir gehen kurz spazieren, gemeinsam, ja? Äh, was haben sie gesagt? Ich höre schlecht, aber ich fühl's gut. Wir gehen kurz spazieren, hab ich gesagt. So, beginnen wir hier kurz unter die Ecke, Leute. Ich werd mich kurz unterhalten, wie er mal für uns hier in GTA 6. Wartet mal. Oh, Herrgott, Herrgott, schießen Sie doch nicht. Oh, sorry. Sorry. Was zum... Ich bin grad durch die Map gefallen. Da waren da irgendwelche Leute, zu denen ich nach Hause gehen konnte. Die da grad geputzt haben. Habt ihr gesehen, wie die geputzt hat am Boden? Was? Äh, ich kann... Oh, oh. Warte. Bleib hier. Psch, 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 psch. Warte. Bleib hier. Bleib hier. Äy, 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 äy. Okay, okay, okay. Nein! Okay. Achso, die hat mir Geld gegeben. Danke für dein Geld. So, hast du hier noch Geld oder so? Kann ich dir irgendwas aufziehen? Verdammt, ich hab einen Stern bekommen. Ich hab einen Stern. Oh. Ich hab einen Stern, Leute. Oh mein Gott, unsere erste Ein-Stern-Mission hier im Fake-Gitär-6. Zack, wie ein Dinger. So schön über Ding klettern. Okay, mal gucken, ob sie mich hier finden. Ich bin versteckt. Guck mal, die finden mich. Hey! Oha! Aua, der ist durch die Wand geballt. Oho. Ich hab zwei Sterne. Hä? Aua, ich bin hingefallen. Okay, perfekt. Okay, wir klackern hier hoch. Das ist Assassin's Creed hier. Oha, oha. Oha. Wie gut jump ich davon, Leute. Jetzt mal ehrlich, Alter. Ich bin Spider-Man. Ich glaub, das ist hier Spider-Man das Spiel. Ah. Ich bin von diesem kleinen Ding auf die Fresse gefahren. Und hab... Ich hab keine Sterne gleich mehr. Ein Stern ist weniger. So, wir gehen hier rein. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Psch, 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 psch. Gib mir dein Geld. Gib mir Geld. Ja, okay, die hat mir Geld gegeben. Habt ihr gesehen, Leute? Sehr gut. Jetzt kannst du gehen. Jetzt kannst du gehen. Alles klar. Ich sehe gar nichts hier, Leute. Es ist viel zu dunkel. Ich kann also den Leuten einfach Geld abziehen. Das ist ja unnormal lustig. So, was können wir denn noch machen? Polizei, Shopping. Hier ist irgendwie ein Autohaus, ein Bootshaus. Okay. Und irgendwas oben. Wir müssen da mal hochgehen, Leute. Ich sag euch ehrlich, mega lustig. Wir klauen uns jetzt erstmal ein Auto. Und gehen was essen. Kann ich hier einfach sowas aufheben oder so? Nee. Warte mal, Leute. Wir gucken mal, was das noch hier ist. Hier sieht es aus wie so ein, keine Ahnung, was ist das überhaupt? Gefängnis oder wie viele? Was ist das denn? Fahrzeug stehlen. Ey, es gibt Hunde. Ich kann einen Hund beleidigen. Hallo, Entschuldigung. Ach, das ist... Was ist das hier? Bist du Polizist? Nein. Ich atme wie so ein Elefant. Was geht hier ab eigentlich? Okay, Leute. Wir sind jetzt gleich beim Klamotten-Shop. Mal gucken, was es hier für Gucci-Klamotten gibt oder sonst. Oh, da ist Polizei. Das erste Mal, dass ich Polizeistreife sehe. Okay. Wir gehen jetzt hier rein. Kann die Polizei bitte wegfahren? Ich will hier gleich einen Laden ausrauben. Wollte ich nur sagen. Und die haben sogar die Rehladung mal. Alter, da geht was ab, oder was? Oha. Krass. Okay. Jetzt rauben wir den Laden aus, Freunde. Das ist so verbuggt, das Spiel, ne? Ich kann mir Sachen kaufen, Leute. Eine kleine... Ja. Holen wir uns eine schwarze Kappe. Auf jeden Fall eine Sonnenbrille, Leute. Ja, safe. Safe. Auf jeden Fall. Hä? Dann Oberteil. Will ich schwarz haben, bitte. Irgendwas schwarzes oder so. Ja, ist okay. Hey. Ah, ich muss alles noch kaufen. Warte mal. Schwarz und weiße Kappe. Ja, will ich. Ja, will ich. Dann ein T-Shirt. Ja, so ein Dinger. Ah, ne. Jetzt habe ich das schon gekauft. Ne, ich will eine lange Hose. Oha. So eine rote Jogginghose. Ja. Schuhe. So toll. Oh, Crocs. Einfach Crocs, Leute. Okay. Ich kaufe mir jetzt diese Crocs. Ich will diese Crocs haben. Ja, in grün. Die wollte ich schon immer mal haben. Ey. Ich kann... Ich habe mich gerade umgezogen und habe ein kostenloses Polizeiautfit. Ich bin Polizei. Gib mir dein Geld. Gib mir einfach dein Geld. Danke. Du auch. Du bist kein... Du bist kein Postbote. Danke. Du auch dein Geld. Ich bin Polizei. Polizei. So, ich habe wieder Geld bekommen. Ich habe alles, was ich im Shop ausgegeben habe, wieder zurückbekommen. Denn ich bin jetzt Polizist, Leute. Wir gehen zum Autoshop. Let's go. Das ist gar kein Autoshop, Leute. Das ist sonst nur ein... Warte, was ist das? Die Vergütung für diese Arbeit beträgt 150 Dollar. Was soll ich denn machen? Wieder ein Ding? Nee. Was ist hier? Wieder irgendwelche Pakete die ganze Zeit? Ah, da ist ein Mann. Warte mal. Mit dem muss ich reden. Sie müssen in einem Auto sitzen, um diesen Job zu beginnen. Gib mir lieber dein Geld direkt. Gib mir... Guck mal. Als ob ich 450 diesen Job mache. Ja? 117 direkt mitnehmen. So, du auch. Pack dein Geld aus. Pack dein Geld aus. Danke. So, bevor ich irgendwelche Jobs mache. Ich bin Polizist. Ja? Gib her. Gib her. Ja? Guck mal, ich habe 200 Dollar so bekommen. Was habe ich für die... Pass doch mal auf. So. Ich glaube, jetzt versuchen wir noch mal... Ups. Oh. Hoppala. Das war irgendwie stark. Hast du Geld? Hast du noch Geld? Kann ich Geld oder so holen? Ey, ich weiß. Du hast kein Geld, aber gib mir dein Geld. Okay. Ich habe von dem Penner 124. Ich habe von dem Penner 124 Dollar abgezogen. Ich fühle mich so schlecht, Leute. Okay. Wir gehen jetzt uns 5 Sterne machen. Komm her. Ah. Oh. Ah. Was fällt dir eigentlich ein? Steig aus. Raus. So. Ey, bleib stehen. Bleib stehen, Mann. Wegen dir habe ich Ding. Bleib stehen. Bleib stehen, Mann. Ey. Leute, ich habe das Gefühl, seitdem ich die Polizeiklamotten anhabe, kriege ich einfach keine Polizei mehr. Wir müssen jetzt gucken, dass wir jetzt Polizei bekommen. Servus, Polizei hier. Kann ich wieder zoomen? So, gib mir dein Geld. Ja. Gib mir dein Geld. Danke fürs Geld. Äh, ich bin auch ein Polizist. Ja. Gib mir dein Geld, Ramm. Danke. Gib mir dein Geld. Gib mir auch dein Geld. Oh, ich habe Polizei bekommen. Hey, ich habe hier vergessen, Geld zu zahlen. So, ich als junger Polizist. Wartet mal. Ich werde mir jetzt noch einen Polizeibeam holen. Ah. Aua. Aua. Polizei. Oha. Ei. Ihr habt eine eigene gebütet. Ich war Polizist, Mann. Ich war Polizist. Was ist jetzt hier? Wie passiert das jetzt? Komme ich beim Hospital-Reader raus? So wie in GTA? Komme ich jetzt einfach da raus? Ich bin wieder da. Wo bin ich? Sie verbracht. Ich habe 200 Dollar gezahlt. Alter. Ich habe noch meine Waffe. Okay. Das ist eigentlich gut. Kann ich irgendwie noch ein bisschen mehr Geld machen jetzt? Irgendwie. Äh. Lol. Leute, also mein Fazit zum Spiel. Es ist auf jeden Fall sehr lustig. Ich finde es verschickt, dass ich in Häuser so einbrechen kann. Ich finde es lustig, dass ich Leute so richtig geiseln kann, auseinandernehmen. Ist schon witzig. Aber es ist halt sehr verpackt, ne? Sehr verpackt. Gib mir Geld. Gib mir Geld. Du hast ein Handy da. Du hast ein Handy da. 170 Dollar. Okay, Leute. Ich muss noch irgendwie so einen fetten Jackpot knacken, Leute. So einen fetten Jackpot irgendwo. Servus, Freunde. Was geht ab, Mann? Ja. Bäume überfallen. Zack. Wow. Oh mein Gott. Wir haben vergessen. Wheelies und so. Wow. Das ist geisteskrankes Spiel, Leute. Wir können Wheelies ziehen. Oder? Ja. Ging's nicht? Ey, yo. Was geht? Ey, habt ihr ein bisschen... Äh, die haben... Die haben... Die haben... Mariana, Leute. Yo, die Skriminelle ist unter denen. Die Vergütung beträgt 800. Yo. Komm mal, Alter. Danke. Danke, dass ich jetzt einen Job mache. Drogenlieferung. Ich mach kurz ne Drogenlieferung, Freunde. Als Polizist. Hahaha. Ey, Leute. Ich bin ein Polizist, der gerade Drogen verkauft. Also... Das ist natürlich perfekt für GTA. Ja, also... Wow. Was ist das jetzt dann? Was ist das jetzt dann? Wow. Alter, das Spiel ist zu krass. Das Spiel ist mein neues Lieblingsspiel. Ich hab grad einfach einen Wheelie des Jahrtausends gezogen. Oh! Alter, hast du jemals eine smoothere Lieferung bekommen? Hier, komm. Mach jetzt. Nimm das und fertig. Ich bin Polizist. Ja. Ich hab 780 Dollar direkt bekommen. Oha. Warte, jetzt sollen wir den Auftrag abbrechen. Ey, ey, ey. Jetzt gib mir noch mehr Geld. Du hast mir grad 800 gezahlt. Jetzt nochmal 200. Mach noch mehr. Hey. Äh. Servus. Leute, mal gucken, ob jemand bei dir zu Hause ist. Warte, wir gehen mal hier in solche Gänge. Was geht hier? Ja. Gar nichts. Hehe. So, noch eine, letztes Mal will ich mich mit der Polizei anlegen. Sollen die kommen, man? Sollen die kommen? Wo sind die, ja? Bam, 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 bam. Ich hab, ich hab nicht nur Polizeistand, ich hab auch Gangster auf mir. So, gib mir das. Ausweichen, Leute. Polizei. Okay, gut. Ich bin, ich bin, ich hab nur noch sieben Schuss, das ist das Problem. Oha. Ich hab ein Maschinengewehr. Jetzt geht's richtig ab. Oha. Alter. Komm her. Wer will noch Beef? Was? Wer? Wer will hier Beef? Zeig mir wer? Ich bin hier der King. Jawohl, ich hab wieder Munition für die. Ich hab 26 Kriminellen ausgeschaltet. Leute, wir machen das noch fertig hier. Guck mal auf Distanz. Bam, bam. Kann es sein, dass er nicht mal ansatzweise dahin schießt? Ich muss voll nach rechts schießen, damit ich den treff. Aber wir haben wieder Munition bekommen für die Waffe. Nice. Okay, komm her. Easy. Easy. Nein von 20 Kriminellen. Komm alle. Bam, 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 bam. Bam, bam, bam. Ey, das war ja mega cool. Habt ihr gesehen? Okay. Pam, pam. Guck mal, ich schieße in Vollwälder rechts an ihm vorbei und treffe ihn. Guck mal, ich schieße... Oh. Nice. Hast du mir wieder Waffen mitgebracht? Danke. Bam. Erobert das Gebiet. Das ist meine Hood jetzt. Ja? Was denn? Das ist meine Hood. Die sind jetzt ein bisschen zu dieses Territoriums. Wer will ich jetzt? Die Polizei oder was? Kein Ding. Auf Wiedersehen. Einmal die Jungs vollen jetzt gegen die Polizisten. Guck mal, das ist jetzt einer von mir. Knall den ab, Mann. Start. Das ist einer von mir, ne? Gut gemacht, mein Sohn. Gut gemacht. Jetzt gib mir deine Waffe. Du bist eine von mir. Guck mal, er tut sich auch nicht fürchten, weil es ist eine von meiner Gang. Klass. Oh. Heli? Ich hab vier Sterne, Leute. Oh. In meine Gang. Ich muss in mein Gang-Gebiet. Oh, Leute. Heli kommt. Alles kommt. Oha. Oha. Oh mein Gott. Jetzt geht's richtig. Geht's hier auch los. Ach du heiliger Bim Bam. Komm her, Mann. Ich knall euch ab, Mann. Oha. Boi. Schön. Ich hab den vom Heli abgeknallt. Was denn? Gang, ihr müsst die abknallen, alle. Knall die ab, Mann. Das ist mein Gebiet hier. Meine Gang. Oh. Aua. 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 Ich hab mir meine beiden Armen gebrochen oder so. Bleib da hinten. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Okay. Ich hab keine Sterne mehr. Geht mal weg hier. Egal, Leute. Damit soll's gewesen sein. Es war mega krass. Wenn es euch Spaß gemacht hat, abonniert den Gedanken. Aktiviert die Glocke. Und bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.